Schlager, Vanessa Mai trauert ein Familienmitglied. Vanessa 30. Mai, zeigt ihre verletzliche Seite ihr Opa ist gestorben. Der Tod ihres geliebten Familienmitgliedes lässt die Sängerin emotional werden. Mit rührenden Zeilen und Bildern verabschiedet sie sich von ihm auf Instagram. Dido, Opa, anmd rät, ich weiß, dass du jetzt mit Barka, Oma, anmd, rät, zusammen bist, an einem schönen Ort, wo ihr jetzt beide zusammen über uns wacht. Richtet Vanessa Mai liebevolle Worte an ihren Opa und ihre verstorbene Oma. Ihre Trauer um ihre Großeltern verarbeitet sie auch mit diesen Worten, Moja, meine, anm. Dido, Vanessa bleibt für immer Musik in meinen Ohren. Ich hab euch lieb und ich danke euch für meine schönsten Kindheitserinnerungen. Dazu veröffentlicht Vanessa Mai ein aktuelles Bild und drei Kinderfotos-Fans drücken ihr Beileid in den Kommentaren aus und wünschen der Musikerin ganz viel Liebe und Kraft. Schlager-Star DJ Ötzi, 51, wurde besonders durch seinen Hit Ein Stern bekannt. Jetzt steht er erstmals mit seiner Tochter Lisa Marie, 20, im Studio. Zusammen arbeiteten sie an einem Duett für sein neues Weihnachtsalbum. Bei den Aufnahmen wurde der 51-Jährige emotional und erzählt stolz, als ich Lisa Marie beim Singen im Studio anschaute. Kamen mir die Tränen. Gestern war sie noch ein Baby, heute ist sie eine junge Dame. Der Musiker und seine Tochter pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Noch kürzlich gratulierte er ihr Stolz auf seinem Instagram-Account zum Geburtstag. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlager-Stars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen, Bilde, Instagram-Com